Spinat Spinat wurde für medizinische Zwecke verwendet, bevor er als Lebensmittel verzehrt wurde. Die Vorteile dieses Nährstoff, der alle nützlichen Bestandteile des Bodens sammelt, sind endlos und jeden Tag wird ein neuer Vorteil entdeckt. Erstaunlich für die Gesundheitswelt, Spinat ist heute in vielen Rezepten in Küchen zu finden. Dieser Nährstoff, der unserem Körper unglaubliche Vorteile bietet, wenn er in der richtigen Menge und Zeit konsumiert wird, ist gut für fast alle Stoffwechselprobleme. Was sind die Vorteile des regelmäßigen Verzehrs von Spinat, wann und wie viel sollte konsumiert werden? Lassen Sie uns gemeinsam untersuchen. Sie können unseren Kanal kostenlos abonnieren, bevor Sie zu den Vorteilen übergehen. Wir sind hier mit einem neuen informativen Video jeden Tag. Was sind die Vorteile des regelmäßigen Verzehrs von Spinat? Homozystein ist eine im Blut gemessene Aminosäure. Wenn diese Substanz reich an Blutgewebe ist, bedroht sie die Blutgefäße und ebnet den Weg für Herzkrankheiten. Spinat neutralisiert überschüssiges Homozystein und schützt das Gefäßgewebe. Während die darin enthaltenen Antioxidantien dazu beitragen, die Bildung von Plagg in den Gefäßen zu reduzieren, übernimmt es eine sehr wichtige Verantwortung für ein gesundes Herz. Spinat antioxidative Flavonoide, ein Pflanzenstoff, der besonders im Stamm vorkommt, reduzieren das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mineralstoffe wie Kupfer, Kalium, Eisen und Phosphor sind sehr wichtig für den Blutdruckausgleich. Darüber hinaus ist Spinat sehr reich an Mineralien, die wichtige Funktionen haben, wie zum Beispiel den Zuckerhaushalt im Blut auszugleichen. Die Blutzuckersenkende Wirkung dieses Lebensmittels ist auf die enthaltenen Pflanzenstoffe zurückzuführen. Wenn die darin enthaltenen Ballaststoffe verzehrt werden, quellen sie im Magen auf und verlängern den Verdauungsprozess. Der hohe Gehalt an Kalium und Phosphor ist sehr wichtig für die Vorbeugung von Diabetes. Diese Substanzen sind wirksam beim Abbau von Proteinen, die eine Glucosetoleranz verursachen. Darüber hinaus ist Spinat eine sehr gute Quelle für Ballaststoffe, die bei der Verdauung der Nahrung helfen. Mit seinem hohen Ballaststoffgehalt sorgt es für die Ernährung nützlicher Bakterien, die für die Darmgesundheit sehr wichtig sind. Dank der im Körperteil enthaltenen Pflanzenstoffe hilft es, den Stoff namens Helicobacter pylori zu neutralisieren, der eine der Hauptursachen für Magenprobleme wie Gastritis ist. Es schützt die Mageninnenwand und beugt einem Säureungleichgewicht vor. Darüber hinaus erleichtert es mit seinem Beitrag zum Blutzucker die Gewichtskontrolle, wenn es zu den Mahlzeiten eingenommen wird. Dieses Kraut enthält hohe Mengen an gesunden Ballaststoffen, die den Fettabbau fördern, verlängert das Sättigungsgefühl und verhindert eine unnötige Kalorienaufnahme. Gleichzeitig sind Zink und Vitamin B6, die eine wichtige Rolle für unsere geistige Gesundheit spielen. In sehr reichhaltigen Mengen in Spinat enthalten. Es ist auch reich an Magnesium, das wichtige Auswirkungen auf die Aktivitäten des Nervensystems hat. Diese Verbindungen erhöhen die Wirksamkeit elektrischer Signale an das Gehirn. Sie sind auch essentielle Vitamine für die Bildung von Myelin, das die Qualität des Nervensystems sicherstellt. Andererseits ist der regelmäßige Verzehr von Spinat eine der einfachsten Möglichkeiten, unserem Körper große Mengen an Konservierungsmitteln und Antioxidantien zuzuführen. Diese Verbindungen helfen dem Körper, bakterielle Krankheiten zu bekämpfen, indem sie Immunzellen aktivieren. Besonders die Stielteile machen mit ihrer entzündungshemmenden Wirkung den Rachen weich und lindern trockenen Husten. Gibt es also irgendeinen Schaden in einem so nützlichen Lebensmittel? Zunächst einmal. Obwohl Spinat mit den darin enthaltenen Ballaststoffen positive Aktivitäten für das Darmsystem hat, kann es, wenn es in großen Mengen konsumiert wird, einige negative Auswirkungen haben, indem es das Verdauungssystem mehr als nötig beschäftigt. Darüber hinaus verwendet die Welt der alternativen Medizin derzeit Lebensmittel wie Spinat, Petersilie und Rosmarin, um Medikamente herzustellen. Als solches hat es das Potenzial, mit bestimmten Medikamenten zu interagieren. Wenn Sie regelmäßig Medikamente einnehmen, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie solch starke Kräuter zu Ihrer Ernährung hinzufügen. Wie viel Spinat sollte also verzehrt werden? Der Verzehr von Spinat in regelmäßigen Abständen ist sehr wichtig. Jeden Tag eine Prise Spinat zu essen, wird Ihre Gesundheit verbessern. Im Lichte dieser Informationen können Sie Ihrer Ernährung Minze hinzufügen und von Ihren langfristigen Vorteilen profitieren. Wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu mögen und zu abonnieren, falls Sie ihn noch nicht abonniert haben. Bleib sicher, bleib informiert. Bis zum nächsten Mal.